Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es um das Thema Translation-Übersetzung in Diablo 4, was in den letzten sechs Monaten für mich eigentlich gar kein Thema war, was aber für mich jetzt in letzter Zeit immer mal wieder aufgepoppt ist. Und ich habe gedacht, für euch vielleicht auch ganz wichtig, weil es gibt einige Sachen, die schlichtweg einfach falsch übersetzt sind von Diablo, in Deutsch vor allen Dingen. Ich spiele ja auf Deutsch und es gibt einige Aspekte und auch Fähigkeiten, die vom Englischen falsch übersetzt sind. Deswegen vorab schon mal der Megatipp von mir, entweder das Spiel sowieso auf Englisch stellen, was ich überlege sogar auch schon zu machen, um das Ganze zu vermeiden mit den Übersetzungsfehlern oder Builds sich rauszusuchen und zu bauen und sich anzuschauen auf englischen Webseiten wie D4 Builds, Maxwell und so weiter. Macht auf jeden Fall Sinn, weil beim Barbaren gibt es zum Beispiel eine Sache, die ich krass finde, die ich nicht wusste. Ihr erinnert euch alle an den Aufhören-Bild, ansonsten checkt ihr nochmal ab. Und zwar habe ich dort die Basisattacke Sprungschlag genommen, aber es gibt auch die Basisattacke Heap. Und Heap hat eine ganz coole, theoretisch eine ganz coole Mechanik. Und zwar hier, nachdem ihr viermal mit Heap und einer Zweihandwaffe kritisch einen Treffer verursacht habt, wird eure nächste Basis- oder Waffenbeherrschungsfähigkeit überwältigen. Und das war theoretisch für Todesstoß die Überlegung, okay, vielleicht gehe ich auf Heap. Da muss ich aber aufpassen, weil wenn ich den fünften Angriff mache mit Heap, ist er eine Basisattacke, dann ist der Überwältigungsangriff weg. Aber wenn wir uns das ganze, das gleiche Ding mal auf Englisch angucken, ich blende euch das mal ein, dann seht ihr, dass das falsch übersetzt wurde. Es ist nicht Basis, sondern Core, also Kernfertigkeiten. Bedeutet, den Aufhörenbild mit dem Heap zu spielen, macht absolut Sinn, weil wir dadurch noch eine weitere Überwältigungsquelle dazu bekommen. Eine Sache, die ich gestern oder heute erst gelernt habe. Und so durchweg durch das ganze Spiel, ich kann euch nochmal eine Sache, die ich bei einer ganz einfachen Google-Suche gefunden habe, einblenden. Dort ist auch wieder der Übersetzungsfehler von Basis und Core. Und so gibt es ganz viele verschiedene Kleinigkeiten, die falsch übersetzt sind. Vor allen Dingen in den Aspekten sind ganz oft Dinge falsch übersetzt worden oder zu kurz übersetzt worden, wurde einfach was weggelassen. Ganz, ganz krass. Vielleicht fallen euch auch noch Sachen ein, die ganz wichtig sind. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass das ganz oft bei Änderungen von Aspekten passiert. Wenn Änderungen in Aspekte reinkommen, werden die nicht ins Deutsche auch mit geändert und in die anderen Sprache. Aber kann auch sein, dass mich da mein Gefühl trügt. Und es gab ja auch eine ganz komische Übersetzung oder überhaupt einen ganz komischen Aspekt. Ihr erinnert euch bei dem Druidenring, wo ich den, als ich euch den vorgestellt habe, nicht kapiert habe, was der meinte. Vielleicht auch mal eine kurze Klarstellung für alle, die es immer noch nicht wissen. Wirkt ihr 5 Sekunden, nachdem ihr dies bereits zuvor getan habt, erneut eine ultimative Fertigkeit, zieht ihr entfernt den Gegner heran und fügt ihnen physischen Schaden zu. Da würde man, zumindest ich, denken, okay, ich muss eine Ult zünden und dann 5 Sekunden später nochmal eine Ult zünden und dann funktioniert dieser Ring. Aber genauso ist es nicht. Wenn ihr die Ult zündet, wird einmal Gegner herangezogen und 5 Sekunden danach nochmal. Es ist so komisch übersetzt. Also wer das da ins Deutsch übersetzt hat und gesagt hat, okay, so versteht man das, der sollte auf jeden Fall mal seinen Posten räumen, weil das ist eine ganz komische Übersetzung. Dann habe ich noch eine andere Kleinigkeit, die passt gar nicht ins Video, aber ich will dazu auch kein eigenes Video machen. Das heißt, alle, die das jetzt hier sehen, ihr habt es hier mal gehört. Berserker-Modus-Dauer ist für den Barbaren mit der unwichtigste Afix, den ihr überhaupt nehmen könnt. Lasst den auf jeden Fall in jedem Bild weg. Ich habe alle meine Bills jetzt auch angepasst und den rausgemacht. Vor allen Dingen jetzt auch für den Wirbelwind-Barbaren, wo ich mich das erste Mal mehr mit dem Berserker-Modus befasst habe. Die Berserker-Modus-Dauer zu erhöhen, das ist so ein komisches Hexenwerk. Deswegen merkt euch, Berserker-Modus-Dauer ist der schlechteste Afix, spielt das auf gar keinen Fall. Als kleine Erklärung, zum Beispiel Zorn des Berserkers, da steht hier unten, ganz unten steht, dieser Affekt hält bis zu 5 Sekunden an. Das heißt, den können wir schon mal gar nicht erhöhen mit Berserker-Modus-Dauer. Dann gibt es noch Berserker-Modus-Dauer in Kriegsschrei. Da habt ihr ja 4 Sekunden. Das könnt ihr dann auch maximal auf 5 Sekunden erhöhen. Und es gibt noch einen Aspekt, der euch auch Berserker-Modus-Dauer gibt. Und den könnt ihr wieder nur auf 5 maximal machen. Dann gibt es hier noch den Lying-Strike. Da könnte es theoretisch Sinn machen, aber selbst wenn ihr da 100% habt, so wie ich, kommt ihr da gerade mal auf 3 Sekunden. Deswegen merkt euch, das passt gar nicht ins Video, aber ich will dazu kein eigenes Video machen. Deswegen merkt euch einfach, Berserker-Modus-Dauer beim Barbaren richtig, richtig useless. Das war es auch schon mit dem Video. Ich würde mich sehr über einen Follower auf den Kanal freuen. Wenn ihr irgendwelche Übersetzungsfehler gesehen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Das ist immer sehr hilfreich, wenn euch da noch was einfällt. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.